Hallo, ich bin Angelo und das ist Marzia. Wir sind beide im zweiten Lehrjahr im Strampolino als Fabi. Was ist das für ein Beruf? Sag nichts! Hallo zusammen, ich bin Angelo. Und ich bin Marzia. Wir machen unsere Lehre im Strampolino. Wir sind beide im zweiten Lehrjahr und machen unsere Lehre als Fabi. Kommt mit! Ich habe mich für den Beruf Fabi entschieden, weil ich einen sozialen Beruf machen wollte. Ich bin sehr gerne unter Kindern und die Herausforderungen und Fähigkeiten von diesem Beruf passen perfekt zu mir. Warum ich als Fabi-Lehrer im Strampolino mache, ist, weil ich mein inneres Kind aufwecken kann. Man hat viel Bewegung im Alltag und es macht auch Spass mit den Kindern, weil es ist jeden Tag anders und abwechselreich. Und das motiviert mich. Als ich meine Lehre im Strampolino angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich mitreden darf und ich kann meine Leidenschaft wie verfolgen. Unser Alltag ist abwechslungsreich. Wir sind innen und draussen. Wir machen Ausflüge mit den Kindern und begleiten die Kinder durch den Alltag. Nach der Lehre hast du eine gute Grundlage und viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Wenn du gerne unter Menschen bist, offen und dich gerne einbringen willst, dann mach doch Fabi. Wenn du dein inneres Kind aufwecken willst, bewirte dich uns im Strampolino. Ich bin ein ganz großes Strampolino. Ich ist einfach grandios. Ich bin ein ganz großes Ich bin ein ganz großes